Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Ähm, why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Hä? Scheiß doch auf dich, Taurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl eher ein A**chflugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst. Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten. Du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder einmal zögert und zaudert. Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hatte Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Mhm. Und was macht Russland seit zwei Jahren? Was macht Russland seit zwei Jahren? Ernsthaft?